moin moin meine lieben freunde herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fall von der division 2 wir müssen jetzt den james draghoff neutralisieren aber erstmal einen weg aus dem gebäude finden ja hierüber müssen wir ja alles gut wir haben nur gerade noch mal was getauscht so ja ich mach schon mal alles ja manchmal auch vier wir waren in der world street jungen er hat er wieder so ist es war er ist der draghoff drinnen bestimmt und ich habe habe ich munition ja ich habe munition von granatwerper da ja 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 Wie er schimpft, Junge. Ja, ja. Hundesohn. Jawoll! Mhm. Rasiert. Alter, die Motherfucker. Mhm. Halt die Fresse. Wir schmeißen dich raus. Ja, Hundesohn. Ne? Gregorff hat sich in der Börse verkrochen. Aber wir haben die Regeln. Vielleicht kommen sie über das Gerüst aus der anderen Strasse. Äh, guck mal, äh, ja. Hä, wir waren doch eben in der Börse. Hä, ja, du, das ist hier aber alles die Börse, ne? Ist die Wall Street, ne? Wall Street, so. Ja, die ganzen Verbrecher sind hier. The Wolf of Wall Street. Ja, hast du ihn mal gesehen, in dem Film? Ja, ja, ist gut, der Film. Mhm. Vielen Dank. so langt erbricht ganzen Leute. Willkommen zu dir? foolishF doobst Attention. shit dead Damn! Guck Legend was machst du so weit vorne nein du bist ja ganz vorne heftig Schienen Dudes, oder? So, noch einer hier, oder? Ja, die sind dabei hinter uns. Da kommen wieder fünf Leute. Oh, ich liege am Arsch. Ich komme! Ja, mach das mal. So, jetzt kommen wir weiter. Ja. Jetzt ist Ruhe. Oh, hinter uns. Mal die Zimmer mitnehmen. Oha, was ist jetzt los? Oha, jetzt geht's los hier. Disco, Disco! Oha, ey. Was ist das? Oha! Oha! Das war's für heute. ja ich dachte die musik geht schon gar nicht mehr aus so ja wo dürfen wir lang hier oben oder was ja aber da ist nichts hier runter da hinten lang hier hier ist noch ein raum offen ja bei mir müssen wir auch lang ja ja wir sind wieder draußen ja geht direkt weiter weiter weg gesprengt wie die schimpfen hier mit uns kommen wir da irgendwie hoch da na 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 lasst ihr doch da oben schießen wir müssen die killen sehr ganz geil gemacht völlig behindert lassen hochkommen da steht ja ich schieße ja gar nicht aber unsere drohen oder nicht völlig behindert dass man immer alle töten muss fahrquall oder strom das irgendwo zum kasten wieder naja der ist anscheinend auf der anderen seite der stromkosten ja man die dann hier so kracht die bühne an die börse ist heute geschlossen ja nur ein bisschen wir können dann zurück und senken die kiste holen ja dann lass uns das mal machen bevor wir hier weitermachen ok oder auch nicht gibt wohl mehrere sehr behindert ah danke schutz regelt schon alles klar mhm ja soweit king korn kommt ja wieder einer der uns ausschalten möchte wieder verkackt alter meinen augen meine augen meine augen ich sehe nichts die sind alle bei mir ja komm her ja ging gerade nicht konnte nicht laufen weil ich ein opfer war ich bin hier bei meinem geschütz ja das bei uns hier ist irgendwie defekt das kann ich nicht nehmen ja komm mal zu mir nein auch auf dich hin ja ja schön was er vergang ah die huernsöhne ja ich nehme am arsch mit ihren schwulen einsatzschäden da packen weg ja alter jaja alles ist gut Ja, wie viel die aushalten Ja, ohrenkinder tot Ja Gott sei Dank Gut, dass die ans Geschütz können Ja, aber wir nicht Ja, warte mal Neue Fähigkeit erworben Sprengsatz-Haff-Granaten-Fertigkeit Aha, es wäre nochmal interessant zu wissen, wo jetzt das scheiß gelbe Kabel hier hingeht Siehst du noch irgendwo so einen Kasten in so einem gelben? Nein Wie viel brauchen wir denn davon? Ja, keine Ahnung, der eine hat ja nicht gereicht Naja, keine Ahnung Ist jetzt wichtig? Ne, ne? Ne, wir haben genug Sachen, denke ich mal, eingesammelt Äh, na, ich hätte auch keine Lust danach zu suchen Man muss ja so einen Blitz und auch immer in die Spiele einbauen, ey Wenn wir hier fertig sind, dann muss ich erstmal ausrüsten und aussortieren Ja, ja, ja So, wo müssen wir hin? Ja, gehen wir mal, machen wir mal Teleportation zum Safehouse, was da ist Äh, warum sollen wir denn da jetzt hin? Wir haben doch den Typen schon getötet Jetzt ist nur noch Kinder Ne, jetzt ist erstmal noch die eine Mission, die jetzt eigentlich absolut unnötig ist zu machen Weil das ist eigentlich jetzt noch eine Mission, um den Typen zu finden, den wir jetzt gerade getötet haben Okay Aber er ist halt schon tot, ne? Aber, hm Ist wie bei Dantes Entferner zum Schluss, ne? Ja, ja Mit den Kreisen Ja, ja, ganz besonders Ja, ich hab mich richtig amüsiert Ja, schön Ja, ne? Richtig Ich, ich hab gedacht, Alter, gleich löscht die Scheiße Ja, echt? Warst du kurz davor zu sagen, jetzt ist Schluss hier? Ja, aber das ist doch völlig behindert gewesen Ja, ich mein, aber gehört dazu halt Ja, für was war das denn nötig? Ja, keine Ahnung Um was denn zu beweisen? Ja, du hast dich Ja, dass du das alles kannst Achso, du hast dich durch die ganze Hölle geschlachtet und dann musst du das auch noch machen, um zu beweisen, wer du bist, ja? Ja, genau Ja, ja, also wenn du da, wenn das meine Frau verlangt hätte, ich hätte gesagt, verpiss dich, Alter, du kannst mich jetzt am Arsch lenken Ja, was siehst du? Hast du alles geopfert, weißt du? Ja Hast du für alles deine Taten hast du gebüßt? Außer für eine Und dann musst du nochmal alles wiederholen Ja Mann, der Dreckhof, Alter, den haben wir gerade getötet Ja, aber seinen Nachschub nicht Ja, aber das ist hier, um zu wissen, wo der Hohensohn ist Entschuldigung Für mir ist das hier nicht Ja, warum kommt diese Kacke nicht vorher? Ja Weil Ubisoft das Spiel programmiert hat Und möchte, dass wir Ewiges Spiel spielen Jo, Alter, ich bin schon wieder am Hoden lenken Philipp Ich heim mich gerade Ja, komm her, ich bin hier hinter Der Sniper hat mich nämlich mit Einschuss weg, immer Oh, ich kann dich nicht wiederbeleben Ja, warte, ich komme So Warte, jetzt Nee Hä, führst du vor Ja, ich bin dann tot Oh, ich bin doch rüber, du Man, ey Willst du mich noch wiederbeleben, oder? Nee, der ist tot Bist du tot, oder ne? Ja, du kannst mich aber trotzdem wiederbeleben Ja, ich mach jetzt erstmal den scheiß Sniper weg hier Mann Schreist du so? Schuhe wieder, oder war ich nach? Was, ey Ich kann dich nicht wiederbeleben Ja, toll Hast du mich sterben lassen So gehst du mit mir um Ja 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 Aber echt, ey Ja Ja Nicht normal Kann man nur sagen Sex in den Mund, ne? Ja Ja Ein paar Nüsse knacken In den Mund nehmen, ne? Ja Jetzt erfreut er sich Von mir aus Hä Wenn es Spaß macht Was ist los mit dir? Ja, was denn? Es macht daran Spaß, Alter Von Nüsse knacken? Ja Ferkel Echt Er kommt von Von der anderen Seite Wer kommt von der anderen Seite? So ein schwuler Spasti hier Ein schwuler Spasti Wie redest du? Woher willst du wissen, dass er schwul ist? Weiß ich ja nicht So, Sex in den Mund So, hast du schon alle getötet? Ne Warum nicht? Weil die hier zu fünft sind Ja, ich bin auch tot Was machst du denn? Ich dachte, du hast schon Äh Scheed an Wo bist du denn, Alter? Er ist irgendwo im Metten Komm her Busi aufs Bauchy Ich möchte nicht du sein So, bitte, Philipp Ja, danke Siehst du, so macht man das Ja Wenn ich da nicht kann Wegen der Scheiß Barrikade Kann ich ja nichts zu Was haben die denn alle So ein faschissenes Kackschild So, fertig Mach auf Ja, mach ich ja Bleib ruhig Ja Ach Also manchmal frage ich mich Sind die dumm oder so Ist doch klar, dass wenn hier 200 Rikers sind Dass hier irgendwas ist, ne? Ja, richtig Die werden ja nicht alle hier sein Um sich die gegenseitig die Eier zu kraulen Ne, die werden einfach schon beschützen Ja Das ist doch immer so Ja, aber was soll so ein Dialog Die sind bestimmt alle hier Um auf was aufzupassen Ja, was denn sonst, Junge? Die haben noch gesagt Ja, vor allem, aber das Schlimme ist Die haben uns ja hierher geschickt Weil hier die Gesehen wurden, dass sie hier was einlagern Ja Also wird das schon irgendwie Hand und Fuß haben Ja, nee Und dann sagen sie Die werden hier bestimmt auch was aufpassen Ja, Junge, Alter Ich komm hoch da, du Was schreist du denn so rum? Hast du auch schon wieder Sand in der Vagina? Ja, Wind Hat dir ein Schwein, Alter Ja, macht er kaputt Nee, hier musst du irgendwas drücken Hebel betätigen Was, Hebel? Hebel betätigen Ja, ist doch okay Schrei doch nicht gleich wieder so Hallo Ganz ruhig bleiben Nehmen wir mit Hebel Chemikalienbrücke entzünden Oh, bitte Ne, ist ein Echo Was ist hier? Ein Echo Der ist schon, der ist schon tot Den haben wir schon weggemacht Warum steht der? Der kann hier gar nicht Ja, lass mich doch Ich möchte in ihm sein Schau Wie er dann aussieht Ja, ich weiß Die Matrix verschiebt sich Du bist so blöde Hast du jetzt eigentlich auf die Matrix geguckt? Nö Warum nicht? Was, der nicht gucken will? Warum? Mich interessiert das nicht Nein, überhaupt nicht Ich will mich da rumflitzen Ja, du hast keine Ahnung, ne? Doch Nee Das musst du, muss man kennen Nee Vor allem als Gamer Was ist los mit dir? Ich spiel habe ich auch nicht gespielt Ja, du kennst auch nichts, war Nicht mal Rambo kennst du Nee Oh, meine Augen Musst du aufmachen Nee Muss ich nicht Absolut Wie redest du? So wie du das Schon wieder eine Minute von Sniper Ja, hier ist ein Fettsack Ja, hier ist ein Fettsack Ja, hier ist ein Fettsack Kannst du auch mal alleine, oder? Ja, da holen so Das Hallo Das Sniper hat mich schon wieder weggemacht Ja, ich heil dich Ja, mach mal Echt? Was? Und dann hat du das scheiß Opfer-Sniper und Kackschild in der Hand So, wer lässt sich so eine Scheiße einfallen? Oh, wie soft Da kommen noch mehr Spastis Ja Das ist Spastis Alle tot? Mhm Ich mach das schon Oh Oh Wie viele Hurenkinder kommen denn genau? Die ganze Familie Ja, ich bin schon wieder am Arsch Ja, wenn du da auch mitten rein wieder gehst Alter Vom Herzen mir Ja, ich bin auf dem Weg Ich kann nicht schneller kriechen Da kommt einer, ne? Der steht dann auf der Seite hier Mein Geschütz lebt ja auch noch Ja, das muss ein Sniper wieder Ach, danke Ach, und das hätten wir nicht die ganze Zeit jetzt machen können, ne? Wir haben Kinas Bio-Waffenproduktion zurückgewacht Abtrünniger Agent gestorben Ach, der ist gerade schon gestorben Ja, haben wir schon gemacht Das werden wir ja dann sehen Vielleicht glaubt er, dass er das im Sack hat Oh Da bin ich mir nicht so sicher Er hatte viel Zeit dafür Vielleicht brauchen wir Hilfe von außen Aber vorerst haben wir gesiegt Schön So, dürfen wir ihn jetzt In den Mund nehmen Ja gut, dann gehen wir rauf auf ihn, ne? Ja Nach Liberty Island Ja, dann reisen wir dazu Den Haupteinsatz und dann passt das schon Definitiv auf der Insel Wir, vor allem, ne? Sie sagten mal, wir Diesmal darf er uns nicht entkommen Ich bin diesmal dabei, Agent Wir treffen uns am Pferd Terminal Es wird Zeit, es zu beenden Aber meine lieben Freunde Das sehen wir dann alles In der nächsten Folge von Divisions Ja, ne? Dann beenden wir mal Beenden wir mal die Folge hier, ne? Und dann Bis zum nächsten Mal Und danke fürs Zusehen Ciao